Hallo und herzlich willkommen liebe Aktienfreunde, es geht um ein neues Wunschvideo BASF. Der Kurs der Aktie ist doch tatsächlich gefallen. Hier sehen wir das auf Neudeutsch Gap 3-4% ist der Kurs gestern eingebrochen wegen einer Gewinnwarnung. Und ich bin sehr gewohnt, wenn eine beliebte Aktie einpricht, dann gibt es Feedback bzw. Wünsche hier mal eine Aktienanalyse zu machen, was denn da so passiert sei und ob man die Aktie jetzt kaufen soll oder nicht. Den komme ich gerne nach. Ich habe ja schon mal ein BASF-Video gemacht und der Aufwand hält sich für mich in Grenzen. Ist ja jetzt nicht so, dass BASF erst seit gestern ein Zykliker wäre. Und wenn man sich einmal beschäftigt hat, so ein bisschen mit der Aktie, dann kriegt man ja auch ein gewisses Gefühl dafür. Und ich kenne eben gleich eins vorweg, meine prinzipielle Einschätzung zu BASF hat sich nicht geändert. Aber erstmal jetzt ein paar Fakten, was ist denn eigentlich passiert? Und zwar, wie gesagt, gab es eine Gewinnwarnung des neuen Vorstands. Und wir haben hier eine abkühlende Konjunktur, eine abkühlende Weltkonjunktur. Wer es nicht glaubt oder wer noch erst überzeugt werden muss von dem Ganzen, der kann hier mal den YouTube-Kanal von Finanzmarktwelt sich anschauen. Da lebt der Permabär, da überwintert der Permabär namens Markus Fuckmann, der hier. Und seine Videos finde ich echt gut. Er macht sehr viel makroökonomisch, aber auf eine doch recht sarkastisch lustige Art und Weise. Sein Problem ist halt, es reicht nicht, wenn man von der Sache her recht hat. Die Kurse müssen dann auch sich in die richtige Richtung bewegen, in die man argumentiert und sowas. Weil man die Kurse eben nicht vorhersagen kann, kann das halt eine ganze Weile dauern. Aber wenn man dann, ich glaube, er hat genügend Standfestigkeit, dass die Kurse dann irgendwann auch in seine Richtung entsprechend laufen werden. Das wäre doch mal ein Übergang wieder hierhin. Auch ich kann die Kurse nicht vorhersagen. Das ist das hier, ich habe keine Glaskugel. Mit Aktien kann man Geld verlieren, tatsächlich. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Auch bei BASF mache ich hier keine Ausnahme. Wer sich für BASF interessiert, hier weitere Förderer der Aktienkultur in Deutschland. Alle Aktien, die haben relativ viel geschrieben zu BASF, ist ja doch auch eine der beliebtesten Aktien. Warum ist es eine der beliebtesten Aktien, kommen wir auch gleich drauf. Dann gehen wir erstmal noch zur eigentlichen Sache. Was ist passiert? Warum sind die Kurse eingebrochen? Warum sind die Kurse um 3% zurückgegangen, 4%? Ja, wir haben die Konjunkturschwäche. Und BASF ist ein zyklisches Unternehmen. Und die merken jetzt eben die nachlassende Konjunktur durch den Handelsstreit, durch schwächere Absätze, insbesondere auch in China, in der Automobilindustrie. Sie sind ja auch Zulieferer bei den Automobilen. Ich habe hier übrigens, musste ich mal das Excel nicht selbst machen. Nein, das kann man runterladen bei BASF. Und zwar sieht man dann hier die Analystenschätzung der einzelnen Segmente. BASF hat sich übrigens neue Segmente verpasst. Es gibt jetzt nur noch sechs plus sonstige hier. Vorher gab es mehr. Ich glaube, so ungefähr ein Dutzend ist es gewesen. Und BASF besteht dann hier aus Chemicals. Das sind diese Basisrohstoffe. BASF sind Verbundunternehmen. Das heißt, die beliefern sich gegenseitig. Die beliefern sich eigentlich von unten nach oben. Jedenfalls von hier nach da. Und dann haben wir Materials, Industrial Solutions, Surface Technology. Und die Abnehmer im Automobilbereich beispielsweise, die sind insbesondere hier zu finden, Industrial Solutions und Surface Technology, Lacke zum Beispiel. Und da läuft es nicht so rund. Es läuft auch bei Chemicals nicht ganz so rund. Und wir haben auch Probleme hier im Agricultural Solutions. Also im Bereich Landwirtschaft wurde dann auch auf schlechtes Wetter in den USA verwiesen. Damit verbunden Ernteausfälle und damit verbunden geringere Nachfrage. Beispielsweise von Pflanzenschutzmitteln. Es kam also einiges zusammen. Und das hat eben dazu geführt, dass in Summe wir rückläufige Gewinne haben. Werden im Quartal 2, wo wir momentan sind, 2019 ungefähr 50% niedrigeres EBIT. Und aufs Gesamtjahr reichte man jetzt mit einem 30% niedrigeren EBIT immer gegenüber dem Vorjahr. Soviel mal zu den Details. Und ich denke, was wichtiger ist eigentlich, ist auch die Frage, BASF ist ein Zykliker. Diese Nachrichten, die wir da sehen, die sind typisch für einen Zykliker. Wenn es einfach Gegenwind gibt von der Konjunktur her, dann muss man halt die Ergebnisprognosen revidieren. Wenn die Konjunktur irgendwann besser laufen würde, dann würden die Ergebnisprognosen nach oben korrigiert werden. Die Frage ist doch jetzt eigentlich, ist BASF oder für wen ist die BASF-Aktie geeignet? Und da wir hier auf dem Aktienfinderkanal sind, kann man die Frage noch ein bisschen präzisieren. Ist BASF für langfristige Anleger geeignet? Wir sind ja hier, mein Name übrigens, Thorsten Tiet. Ich bin der Macher von Aktienfinder.net beziehungsweise der Gründer. Und wir sind ja hier, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und die Frage ist, kann man das mit BASF? Und der erste Check hier, ist doch einfach mal sich hier die Entwicklung von Gewinnen und Cashflows anzuschauen, ob man hier eine Steigerung erkennt. Und schauen wir erst mal auf die Gewinne. Und da würde ich sagen, ja. Nicht irritieren lassen von dieser Spitze hier. Man sieht, dass es was Außerordentliches war. Die Nettomarsche springt über die operative Marge. Das heißt, operativ wäre der Gewinn eigentlich hier gewesen irgendwo, also bereinigt. Und wir sehen hier doch relativ große Zacken. Aber man sieht dann doch hier, wenn man sich imaginär was denkt, dann könnte man schon sehen, dass es irgendwo doch von links unten nach rechts oben geht. Deutlicher wird das Bild in den operativen Cashflow einblenden. Dann sieht man definitiv, dass immer mehr Geld in die Kassen von BASF langfristig gesehen gespült wird. Und dass hier die Zacken doch im Vergleich zum Gewinn pro Aktie weniger nach oben und nach unten ausschlagen. Das heißt, das tatsächliche Geschäft, nicht das bilanzierte Geschäft, sondern die tatsächlichen Geldflüsse, die lassen BASF besser aussehen. Und wenn wir dann jetzt mal hier die Dividenden uns anschauen, noch zusätzlich, dann sieht man doch auch hier eine Steigerung insgesamt. Also gehe ich doch mal davon aus und dann können wir auch noch mal hier gucken, was die Kursentwicklung angeht. Sehen wir, dass bei BASF bei ungefähr 20 Euro irgendwo lag zum Anfang des Jahrtausends, 2000. Und dass wir ja momentan hier bei 60 Euro liegen, haben wir den Kurs also verdreifacht. Ja, okay, er war schon mal bei knapp 100 Euro. Jetzt ist er halt wieder zurückgegangen. D'accord. Aber für einen langfristigen Anleger, der lässt sich ja von sowas nicht schocken. So eine Perspektive. Und da gibt es ja durchaus auch eine Gewinnsteigerung. Also wir haben steigende Gewinne und dadurch auch steigende Kurse in Summe und auch steigende Dividenden. Würde also so aus der Vogelperspektive für mich lauten, ja, BASF ist prinzipiell für langfristige Investments geeignet. Und jetzt natürlich dann die Folgefrage. Ja, soll es dann jetzt kaufen, die Aktie? Das heißt, ist die jetzt ja, attraktiv bewertet. Und das können wir uns ja mal hier im Dividenden-Toro anschauen. Und das ist jetzt ein Dividenden-basierter Ansatz, wo man sich einfach sagt, wenn die Dividende im historischen Vergleich hoch ausfällt, dann ist es ja eher ein Kauf, als wenn ich jetzt mit relativ niedrigen Dividendenrenditen einsteigen würde. Da gibt es erstmal nichts dran auszusetzen. Es gibt auch irgendwelche Schlaumeier, die behaupten, dass wenn die Dividendenrendite bei BASF über 4% wäre, dann ist die Aktie im Kauf. Ich glaube, das weiß nicht, ob das noch absolut korrekt ist. Wir haben hier mal, na gut, vielleicht eventuell, wir haben hier mal über 4% Dividende, hier auch, also hier, 2015, 2016, wir sind auch hier deutlich drüber gekommen, 2011, 2012, über 4%. Und jetzt sind wir ja bei, 5,3% sind wir auch deutlich drüber. Über 4% sind wir gekommen, im September 2018, da waren wir schon bei über 4%, September 2018, September 2018, das wäre dann hier gewesen. Und was ja auch ganz klar ist, die Dividendenrendite bewegt sich natürlich ins Hof, also deshalb stark, nicht weil die Dividende stark schwanken, sondern weil die Kurse stark schwanken. Und hier sind dann die Kurse eingebrochen, wir haben hier den Höchstkurs gehabt und ab September dann 2018 hatten wir dann über 4%, das ist das, was da irgendwelche Schlaumeier mal herausgefunden haben, dass dann die Aktie im Kauf ist. Und jetzt ist ja der Kurs hier unten, jetzt ist die Aktie, also noch mehr im Kauf. Man kann, was jetzt noch interessant ist, was jetzt um die Zuverlässigkeit der Dividenden ein bisschen besser einzuschätzen, hier sich die Dividendentreppe mal anzeigen lassen. Und das sieht man doch, eben was ich vorhin ja auch schon mal gesagt habe, hier bestätigt, dass wir hier einen soliden Dividendenzahler haben, also langfristig steigende Dividenden. Wir haben immer mal auch wieder kleine Kürzungen, wie hier im Rahmen der Finanzkrise, 1,95 auf 1,70, sind immer die letzten, die Dividenden für die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Monat bezogen. Hier ein Teil des Achtes, 12 Monate rückwärmend, eins gab es da 1,70 und hier gab es mal 1,95, aber schon im Folgejahr dann 2,20, also den Rückgang gleich wieder überkompensiert und jetzt in den letzten Jahren sehr schön hier die Dividendentreppe, immer hübsche Steigerungen und auch prognostiziert hübsche Steigerungen momentan eben hier oben. Wir haben dann ja hier auch Korridore, die wir benutzen können, um herauszufinden, um uns gewisse Grenzen setzen zu können, wo wir dann beispielsweise einen Dividenden-Alarm setzen und man kommt dann auf gewisse, zum Beispiel in unserem Fall ja eher Kaufdividenden, indem wir beispielsweise hier dann noch die Korridore einblenden und dann schauen, wann Korridore überschritten werden in unserem Fall. Wir sehen hier aber, dass der 10-Jahres-Korridor durchstoßen wird und beim 12-Monats-Korridor sind wir jetzt gerade so an der Grenze. Wir können aber definitiv sagen, dass die Dividendenrendite im historischen Zeitverlauf hoch ist. Da braucht man eigentlich kein Korridor für. Das heißt, aus Dividendensicht ist die Aktie ein Kauf. Man kann das Ganze jetzt ja aber noch auch fundamental eher, also gewinnbasiert eruieren. Eruieren, schönes Wort. Und zwar haben wir ja hier die Fair-Wert-Berechnung basierend auf den Gewinn-Cashflows und auch hier übrigens nochmal Dividende. Da lässt sich auch ein Fair-Wert der Dividende berechnen immer auf den 10-Jahres-Schnitt, also auf den 10-Jahres-Schnitt, auf 10-Jahres-Mittel betrachtet in diesem Fall. Jetzt das Gleiche beim Gewinn und beim operativen Cashflow. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann kommt da was, eine neue Erkenntnis bei raus und zwar basierend auf der Dividende, ist die Aktie unterbewertet. Da wäre der Fair-Value bei 80 Euro. Der Kurs liegt momentan bei rund 60 Euro. Wenn wir uns aber jetzt den Fair-Wert basierend auf dem Gewinn- und operativen Cashflow anschauen, dann sehen wir, dass die Aktie fair bewertet ist, teilweise sogar leicht überbewertet ist. Basierend auf dem Gewinn hätten wir nämlich einen Fair-Wert von 56,70 Euro und basierend auf dem operativen Cashflow von knapp 65 Euro oder 64,44 Euro. Also wären wir jetzt irgendwo, wenn wir die beiden nehmen und da einen Mittelwert irgendwo draus bilden würden, Fair-Wert gewinnen und operativen Cashflow, da wären wir jetzt eigentlich rund bei ziemlich genau, bei 60 Euro, was ziemlich genau dem aktuellen Kurs entspricht. Da hätten wir also eine fair bewertete Aktie. Wir sehen dann hier beim operativen Cashflow einen Peak. Übrigens sind die Prognosen aktuell. Ich habe die gerade eben nochmal aktualisiert. Die sind auch etwas runtergegangen beim Gewinn, habe ich dann gesehen. Der Gewinn soll aber langfristig anziehen. Das heißt, wir hätten dann laut Gewinn dann auch eine Unterbewertung und hätten das entsprechend auch beim operativen Cashflow sowieso schon. Das würde ja dann die Aktie langfristig wieder interessant machen, weil dann mit Kursgewinn zu rechnen wäre. Das heißt, wir haben jetzt zwar hier nicht die eindeutige Unterbewertung, die man vielleicht erwarten kann, wenn man die Dividenden sich anschaut bzw. die Dividendenrendite. Wir haben hier aber auf der anderen Seite auch keine krass überbewertete Aktie. Im Gegenteil, wir haben hier eine fair Bewertung, aber tendenziell kommen wir dann auch in die Unterbewertung rein. Was auch noch wichtig ist, das ist ja, ist die Dividende sicher? Ja, in der Historie haben wir gesehen, dass der BASF ein solider Dividendenzahler ist. Kürzungen nicht ausgeschlossen, aber in Summe ein solider Dividendenzahler. Jetzt ist ja nochmal interessant, hier der Free Cashflow, den vielleicht mal noch einzublenden. Tun wir das mal, dann sehen wir, dass wir leider keine Prognosen haben für den Free Cashflow und wir sehen, dass die Dividende basierend auf dem letzten Quartal, 31.03.2019, in dem Free Cashflow auf Kante genäht zu sein scheint. Sie ist knapp gedeckt, freier Cashflow von 3.35, Dividende von 3.20. Was wir aber auch sehen, das ist, dass der operative Cashflow und der Free Cashflow, dass die relativ parallel miteinander verlaufen, nicht zu 100%, aber relativ parallel. Und sollten wir den Analysten mal abnehmen, was wir hier so schätzen, dann ist wieder hier mit einem steigenden, freien Cashflow zu rechnen, obwohl die bilanzierten Gewinne dann eher seitwärts laufen. Das heißt, dann wäre der Free Cashflow gedeckt. Es gibt übrigens ein kleines Sprüchlein hier von BASF. Eines unserer finanziellen Ziele ist es, die Dividende pro Aktie jährlich zu erhöhen, basierend auf einem starken Free Cashflow. Das heißt, diese Free Cashflow-Betrachtung macht auch bei BASF Sinn, macht allgemein Sinn, aber wenn sich die Dividendenpolitik daran auch offiziell ausrichtet, macht es ja noch mehr Sinn. Man kann auch hier unten mal schauen, wie sicher die Dividende ist, indem man einfach noch mal hier sich die Tilgungskraft anschaut und wie viel Cash wir denn so auf der hohen Kante haben bei BASF. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die Dividende zu bezahlen, aus den laufenden Erträgen, Gewinn oder eben aus der Substanz. Und hier haben wir im Prinzip beides abgebildet. Was auch interessant ist, ist, dass in 2014 wurde die Dividende aus der Substanz bezahlt. Das heißt, wenn der Free Cashflow mal nicht ganz reicht, ist es für BASF nicht unbedingt ein Grund, die Dividende gleich zu kürzen. Das ist vielleicht ganz nett zu wissen. Wir haben auch in 2005 eine Dividende, die nicht durch den Free Cashflow vollständig gedeckt war, so eben wie in 2014. In 2014 haben wir Dividenden ausgeschüttet gehabt, von knapp 2,5 Milliarden, hat man einen Free Cashflow nur von 1,66 Milliarden, heißt 818 Millionen kamen aus der Substanz. Momentan sind wir noch drüber, also haben wir noch eine Tiefungskraft von 226 Millionen, die also der Free Cashflow, die Dividende übersteigt. Und ich gehe davon aus, also wir dürfen davon ausgehen, haben Grund zur Annahme, dass die Dividende auch weiterhin gedeckt sein wird durch den Free Cashflow. Das heißt, dass diese Dividende erstmal wirklich, diese Dividende von 5,3%, das wird ja auch im nächsten Jahr uns über eine ähnliche Dividende freuen dürfen, sogar noch vielleicht etwas höher, dann wäre dann die persönliche Dividenden in dem aktuellen Kaufkurs bei 5,4%. Also, ich würde sagen, nochmal ein Fazit, dass das BASF zugegebenermaßen zykliger ist, nichtsdestotrotz, dass man langfristig als Aktionär, wenn man dann über die Konjunkturphasen dabei bleibt, von steigenden Kursen und steigenden Dividenden durchaus profitieren kann. Aus Dividendensicht ist die Aktie definitiv attraktiv. Aus Fair-Value-Sicht hier ist die Aktie nicht überbewertet, aber da relativiert sich das Bild wieder ein bisschen. Also sie ist nicht das fundamentale Schnäppchen, was man vielleicht erwarten könnte, wenn man eben nur die Dividendenbrille auf hat. Also ich halte BASF für Dividendenertragsinvestoren, also für Fans einer hohen Dividende, dann für durchaus interessant. Hoffe natürlich, dass sich das konjunkturelle Klima nicht noch weiter abkühlt. Dann kann es natürlich sein, dass der Kurs nochmal etwas weiter runter geht und wie es ganz schlimm kommen kann, das kann man ja hier im Dividendenturbo sich auch anschauen. Das war ja während der Zeit in der Finanzkrise. Da ist die Aktie ja richtig tief runtergegangen, das sieht man dann auch nochmal hier. Da konnte man ja die Aktie einsammeln für 22, 23 US-Dollar. Ob die doch mal so tief fällt, weiß ich nicht, aber man hat hier gesehen, da hat sie sich quasi halbiert, ungefähr von 50 auf 21 mehr als halbiert. Und da wäre hier noch ein bisschen Luft, wenn es um die Halbierung ginge, dann wären wir ja per Kursen von, was weiß ich, 45, zwischen 45 und 50. Oder wenn wir hier unten irgendwo, wenn wir jetzt einfach mal ganz, ja, ganz, ganz einfach hier das Worst-Case-Szenario einfach nochmal hier drauf anwenden. Damit will ich nur auch bewusst machen, dass bei dem Zykliker es halt noch tiefer nach unten gehen kann, wie BASF eben einer ist. So, damit hätte ich hoffentlich BASF ein bisschen besser beleuchtet. Ich bedanke mich an alle, die es soweit ausgehalten haben mit dem Video und das nächste Video voraussichtlich morgen wird dann wieder ums Schatteldepot gehen. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.